Warum landen die da? Guck mal, wir sind so toll, wir können mitten in einer Basis landen, du vernichtest uns und wir gewinnen trotzdem noch. Oh Gott, ich habe die geheime Strategie entdeckt. So. Ich fahr jetzt gleich mal da rauf, wenn man da rauf fahren kann, muss ich das gleich mal ausnutzen. Konstruktion abgeschlossen. Ich baut beide Tests, danach fahrt ihr da rüber. Ist doch gar nichts kaputt gegangen. Ja, umso besser. Ich brauche mehr Luftabwehr. Luftabwehr brauche ich jetzt hier. Noch so eine schöne Reihe Luftabwehr. Oh mein Gott, was macht ihr denn da schon wieder für Kinder? Oh Gott, wo schießen die denn schon wieder her? Ich sehe es ja noch nicht mal, ich sehe es ja noch nicht mal. Geil, scheiße. Ketten sind für den Arsch. Wird wieder umgerüst. Halbketten. Das ist ja... Verdammt, warum habe ich die überhaupt umgerüstet? Das sind doch scheiße hoch 10. Komm an, das baue ich eh keine mehr. Halbketten, da. Ich hätte gerne erst umrüsten sollen. Artillerie? Das ist reichlich scheißegal. Baue ich zwar eh nie, aber egal. Ob jetzt fahrt halt mal alle aus dem Pass raus. Und da drüben ist noch Artillerie. Ja, fand. Ob gleich wieder zurückziehen. Ob ihr sollt euch zurückziehen. Oh, zieht euch halt zurück. Oh, Artillerie ist für den Arsch. Ach, Artillerie. Ich meine Ketten. Nee. Mann, da war ich eh nie wieder. Konstruktion abgeschlossen. Die sind so unglaublich lahm. Damit kann man auch nicht angreifen. So, ihr baut da jetzt noch so Reparaturplattformen. Eins. Konstruktion abgeschlossen. Zwei. Drei. Kommen eins. Meldet. Boah, guck dir an, wie langsam die Dinger sind. Sie sind jetzt auf 1,5, die doch lahm hochziehen. Oh Gott. So, das war jetzt alles drei. Konstruktion abgeschlossen. Stich wähle ich noch mit aus. Sonst wäre es so verrückt so. Gott, ich baue nie wieder Ketten, ey. Produktion abgeschlossen. Damit kann man ja nicht kämpfen. Produktion abgeschlossen. Ich hoffe, jetzt fahrt alle mal da her. Herrlich. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Trauenhaft. Ich könnte es nochmal laden, aber das... Hallo, ich will das Ding haben. Lass ich jetzt. Hab ja ein bisschen Ehre, hab ich ja noch. Okay, jetzt baue ich hier erstmal einen, einen, einen... VTOL? Nein, ich brauche einen... CB-Turm. Kann ich den noch da hinten hinbauen? Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Nie wieder Ketten. Ihr repariert, jawohl. Ihr repariert. Ausgezeichnet. So, dass er zu lang dauern wird. Boah. Egal, jetzt kommt... Konstruktion abgeschlossen. So. Drei baute da jetzt mal ein paar... Was hat die höchste Reichweite? Ripple? Oder... Ripple? 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 11.000. 11.000. Aber die machen halt deutlich mehr Schaden, ne? Ach, da bauen wir einfach eine Mix aus. Nein, nicht die Hellstorm. Ich will die normale. Oder ist die normale, die Hellstorm? Ground Shaker, die will ich haben. Die bauen wir hier hin. Und die... Ripple... Raketen bauen wir hier so hin. Kommt die noch raus? Wahrscheinlich nicht. Ich kann mir nicht mehr Einheiten-Bestülle geben. Ihr seid immer noch nicht da, ne? Nein. Die werden noch nie wieder an... Produktion abgeschlossen. Was machten? Produktion abgeschlossen. Oh, die sind so blöd, da anunter zu fahren, ey. Konstruktion abgeschlossen. Was sagt man dazu noch? Was sagt man dazu noch? Gar nichts. Und ihr sollt doch da rauf fahren, habe ich gesagt. Super. Was auch immer ich da jetzt gesagt habe. Produktion abgeschlossen. Scheiße, ich habe jetzt irgendein Ausländer beleidigt. Mir egal. Oh, und die ohne Ketten. Nee, nee. Nie wieder mit Ketten. Nie wieder. Konstruktion abgeschlossen. So, warum hört ihr jetzt auf, da zu bauen? So, warum hört ihr jetzt auf, da zu bauen? Keine Ahnung. Hat der Gegner eigentlich ein Energielimit, oder? Ist das irgendwie unbegrenzt bei denen? Schlimm. Hier seid. Oh, mein Gott. So, eins fährt jetzt mal alles daher und so und repariert euch erst mal wieder. Ich habe sie kaum gebaut, sind sie schon wieder im Arsch. Geil. Was heißt kaum gebaut? Gut, ich habe sie schon wegen dem Hänger gebaut, aber... Hat da unten noch irgendwas platt gemacht? Was stand da? Stand da überhaupt irgendwas? Ich habe nur sieben Ölquellen, ne? Hm. Hm, hm, hm. Zwei Pferd amma da rauf, damit es so noch ein wenig enger wird und so. Wir mögen es doch schön, wenn es schön alles eng ist und zusammengequetscht und sich aneinander kuschelt und so. Wer mag das nicht? Und irgendwie bringen die da da immer nix. Weil ich nix sehe. Hm, das ist schlecht. Es wäre besser, wenn ich was sehen würde, ne? Oh Gott, die sind so langsam. So unglaublich langsam einfach nur. So, jetzt bauen wir da noch ein wenig so Ripple-Raketen hin. Ripple, Ripple. Geil. Was zur Hölle? Ihr ver... 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 Verfickten mich, fixe da. Die schießen zurück, das ist doch unfair. Das ist verboten. Das ist... Das ist... Das geht doch nicht. Warum kann ich da was verteidigen, mitten in der Pampa? Hm, geil. Ich kann auch nur in die Richtung fahren, ne? Ja, ich kann halt... Fahrt halt mal zu, Mensch. Wow, und die zerhacken da schon wieder alle. Das hat über die, die mal. Oh, fahrt halt endlich mal alle da rauf. Ketten sind für den Arsch. Und warum kann ich nur da rauf schießen? Was ist das für eine Scheiße? Oh, fahrt halt mal da rauf endlich. Ist der denn nicht kaputt? Nein. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Oh, Feuer! Feuer! Schießt ihr denn hin? Das ist ja nicht mal in der Nähe vom Feind. Oh, geil. Keine Commanders, keine Einheiten. Der Gegner hat schon wieder Artillerie ohne Ende. Und fahr da mal weg. Das soll ich nicht zahmepomben lassen, sondern bloß das Reparieren. Heute wird angegriffen. Geil. Scheiße. Irgendwie hat denn hier der Waffen viel höhere Reichweite. Kann das sein? Oder bitte ich mir das nur wieder ein? Na komm, fahrt. Fahrt halt. Oh, scheiße. Nie wieder Ketten. Nie wieder. Okay, ich muss erst mal die Artillerie da oben ausschalten. Wenn ich sie hinkomme. Wenn ich wüsste, wo sie ist. Oh, presst euch halt nicht. Meine Wegen können ihr da unten drin verrecken. Wisst ihr das? Oh Gott. Ja, geil. Jetzt fahr da. Ich hasse diese Wegfindung. Was ist das? Was seid ihr? Ich kenne es nicht. Beteiligungsstellungen. Boah, wie weit können die bitte schießen? Hallo? Geil, die Basis ist da, aber ich komme da gar nicht erst hin. Ah, geil. Äh, scheiße. Okay, wir müssen was anderes bauen. Wir müssen... Nur die haben die ausreichende Reichweite, um zurückschießen zu können. So, was ist jetzt mit euch? Bewegt ihr euch halt mal? Nein. Ketten sind für den Arsch. Die Einheiten sind so lahm. Oh. Wer hat mir empfohlen, Ketten zu bauen? Konstruktion abgeschlossen. Hm. Ich hätte darauf hören sollen. Ich hätte weiterhin Halbketten bauen sollen. Bewegt ihr euch angegriffen. Oh. Welches denn? Ja, genau. Es ist gerade mal fertig und wird gleich wieder zerstört. Oh, greift halt an. Schießen. Feuer. Komm. Konstruktion abgeschlossen. Oh, wie weit müsst ihr denn noch hinfahren? Oh, Mann. Bis die endlich mal schießen, sind sie schon halb tot. Geil. Und dann fahren sie wieder zurück. Ja, was. Ketten haben, sind sie eh nicht lahm. Warum habe ich Ketten gebaut? Warum? Ich hätte nicht tun sollen. Hopp. Ja, komm. Schießt halt. Wir werden bald die Einheiten ausgehen. Fünf davon. Fünf davon. Davon bauen wir nochmal drei. Pff. Der Unten hocken immer noch welche. Die werden heute wohl auch nicht mehr ankommen. Geile Scheiße. Warum zentriert sich das immer so weit runter? Komm schon, jag das Ding in die Luft. Jag's in die Luft. Jag's in die Luft. Na also. Warum schießt man Artillerie eigentlich nicht zurück? Warum schießt du nicht anauf? Weil ich dich nicht sehe oder was? Boah, ihr verkeilt euch jetzt nicht wirklich aneinander. Fantastisch. Boah, was, was, was haben die für Reichweiten? Genau, ja, stimmt schon. Da habt ihr schon recht. Schießt ruhig zwei Kilometer weit. Naja, wenigstens nimmt endlich mal Artillerie mal das Feuer auf. Wer hat ja langsam mal Zeit hier. Gute Zeit, medit. Gute 1, medit. Gute 1, medit. Gut. Was ich euch noch mit sammeln? Ihr seid jetzt eins. Herzlichen Glückwunsch. Wie sieht's mit Einheiten aus? Wär noch gebaut. Tolle Sache. Repetiert das mal, komm. Braucht ihr dazu Kredit? Äh, Energie? Keine Ahnung. Hm. Nö, sieht nicht so aus. Und ich muss natürlich alles durch diesen Scheiß passen. Ah, herrlich. Dummerweise kann der Gegner irgendwie auf mich schießen, ohne dass er groß mich sieht. Kann das sein, oder bill ich mir das mal ein? Oh Gott. Das wird ne Karambulasch werden. Hopp, macht das Gebäude da noch platt, komm. Ladet noch auf, komm. Warum schießt du eigentlich nicht, hm? Keine Lust, hm? Oh, geil. Ist ja doch gelungen, die hinzubauen. Hm. Ich, es war, es war einfach so klar, dass das passieren würde, oder? Auf, verweist Seite. Speichern. Irgendwohin speichern jetzt. Hättest du jetzt mal die Güte da weg? Da steht ja noch einer. Oh, komm, fahrt endlich dann. Fahrt doch einfach mal bei Seite, ist das so schwer. Nein, wir müssen zuerst da durch. Wir sind immer die Ersten. Na, wenigstens funktioniert meine Luftabwehr. So. Ist da jetzt halbwegs alles durch, so. Ihr fahrt jetzt zum Reparieren. Du und du fährst ab zum Reparieren. Und der Rest von euch ist ja immer noch nicht durch. Dann passt durch. Ich baue keine Ketten mehr. Definitiv nie wieder Ketten. Und der Rest von euch ist ja immer noch nicht durch, dann passt durch. Boah, du musst Vollgas geben, damit die irgendwann mal ankommen, halbwegs. Oh Gott. Vielleicht soll ich sie wieder recyceln, ne? Kriege ich Ressourcen zurück, oder? Oh Gott.